Hey Leute, wir haben noch exakt Zeit für einen Song. Wir haben es Zeit für einen Song und ich glaube, wir haben den perfekten Song dafür mitgebracht. Die letzten zwei Jahre waren tendenziell eher mittel bis beschissen und genau davon handelt dieser Song. Und er versucht katharsisch all das zu behandeln mit einem Ausruf, den wir eigens dafür ins Deutsche übersetzt haben. Wir pfiffigen kleinen Füchse. Sorry, dass wir stören, du hast wirklich lang gepennt und du sagst es selber, wake me up when September ends. Ein Abdruck auf der Wange, deine Augen sind verschliert, müde lächelnd fragst du. Was ist 2020 so passiert? Sind sich erstmal Willi, hier ein sehr starker Kaffee, man muss dabei gewesen sein, um das alles zu verstehen. Die Frage ist nicht, was passiert ist, nur wo fängt man an und dann brachten wir ihn auf den neuesten Stand. Singt es! Was? Was? Das geht lauter! Ey! Was? Es begann schon ein Silvester, als die Affen brannten. Trump mit einer Drohne, beinahe den Iran-Krieg anfing. Der Himmel über Sydney brot, Australien stand in Flammen. Wer drin war, denn wer das Jurycamp gewann. Im Februar fiel uns allen auf, das ist die Matrisse. In Erfurt fiel ein Blutenfraut, den Hahn auf jeden Schüsse. Achso, das mit der Maske, ja die hat bald jetzt dabei. Aber mehr zur Pandemie in Stufe 3. War, 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 fiel, 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 war, Wir kamen im März, alles war zu Ende Wir kauften sehr viel ein und wuschen uns die Hände Das hat so gut funktioniert, wirklich ungelogen Jeder Deutsche hatte plötzlich einen Lieblingsvirologen Europa macht die Grenzen dicht, jetzt plötzlich auch für uns Hilfe für die Lufthansa, Mitleid für die Kunst Und jetzt hol nochmals die Fluff, falls du dachtest, das war's Schickerball und Kobi, falls du Basketball magst Basketrassismus, bemerken wir mal Wir pusten schwarze Kacheln lassen, jetzt ist es vorbei Zweimal demonstrieren, ist das leider nicht geklappt Es gibt immer noch Rassismus, doch wir hassen jetzt die Tats, ey Was zum Fick? Was zum Fick? Jetzt ist der Moment gekommen, die letzten zwei Jahre So individuell, so beschissen sie waren Schreit sie euch aus der Seele Es ist Zeit, damit abzuschließen Wir wissen nicht, was der Herbst bringt Wir können nichts dagegen tun Aber wir können jetzt dafür sorgen, dass wir mit ein bisschen neuer Energie Gemeinsam in diesen Herbst starten Alles was ihr noch könnt, raus damit Was zum Fick? Ey, 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 ey Was zum Fick? Er sitzt aufrecht im Bett, völlig kaplett Ich wünschte, ihr hättet mich niemals geweckt Wenn die Welt du jetzt denkst Das geht weg Wenn du fennst Ist die Welt noch tiefreich Wenn September Aufrecht im Bett Wenn es in der Tats Ich wünschte, ihr hättet mich niemals gebeten Wenn die Welt du jetzt denkst Das geht weg Und ich wünschte, ihr hättet mich nicht zufrieden Es sind die Welt du jetzt Sende Wenn September Wenn September Ends Wenn September Ends Wenn September Ends Wenn September Ends Das war's für heute. Das war's für heute.